Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder in der Runde Piggy und ich bin hier halt in der Runde gejog... Ich hab absolut keine Ahnung, welche Map das ist, was wir hier machen müssen und welcher Bonus ist das? Das sieht mir sehr, sehr, sehr stark nach Infektion aus, weil da liefen gerade zwei Piggy's. Okay, und was ist das hier alles? Das ist irgendein komisches Labor. Oha, und hier die Karte geht auch nicht auf. Was sind das hier alles für Geräusche? Hier ist irgendein Lichtschalter. Ah, okay, okay, da vorne brauchen wir einen blauen Schlüssel. Wir sammeln erstmal das hier ein. Und das Dynamik können wir nicht mitnehmen. Ah, okay, den konnten wir jetzt doch mitnehmen. Okay, irgendwas mit V und hier ist ein goldener Schlüssel. Okay, okay. Ah, das sind ganz viele Piggy's, das sind ganz, ganz, ganz viele Piggy's. Da können wir nicht lang. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Was war das denn für ein Piggy's-Skin? Oh, Mann, der sah echt, 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 echt cool aus. Ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal nach den Skins an. Ähm, genau. Hier, das ist ja wahrscheinlich hier hinten ein ganz neuer Skin, oder? Nee, aber ich glaube, der Skin ist trotzdem neu. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Okay, so, wir sind jetzt schon direkt in der nächsten Runde. Und mal gucken, ob wir es hier raus schaffen. Ich glaube, die Map heißt irgendwie das Haus, das sichtbare Haus oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gerade gesehen. Ich habe ehrlich gesagt, ich gucke noch aufgepasst. Okay, so, hier versuchen wir jetzt mal wieder rauszukommen. Hier habe ich, glaube ich, es auch noch nie geschafft zu entkommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich mal das Ende angucken. Hier brauchen wir einen orangenen Schlüssel. Was brauchen wir dann hier vorne? Gucken wir mal. Ähm, genau. Ich habe es, glaube ich, aber noch nie geschafft, hier aus der Map raus. Uh, rosa Zimmer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, hier vorne wird uns schon geholfen. Hier brauchen wir den Schraubenzier. Genau. Mal gucken, wenn wir jetzt hier runtergehen. Okay, hier ist auch schon die Treppenstufe. Hier, okay, die anderen sind echt, echt, echt super, super schnell. Und echt gut, muss ich sagen. So, wir gucken, ob wir überhaupt noch einen Schlüssel finden, bevor wir jetzt hier schon abgehauen sind. Ich hoffe es wirklich sehr. Ja, so, hier brauchen wir den Feuerlöscher. Okay. Was brauchen wir hier? Hier ist schon mal Gras. Ähm, nehmt einfach mal mit. Und vielleicht findet ihr noch etwas anderes. Ein hellblauer Schlüssel. Okay. Und hier ist nur Kleidung und sonst nichts. Okay, sie ist wirklich super, super, super schnell. Der hellblaue Schlüssel, der ist ja für... Kann man, kann man hier einfach durchlaufen? Okay. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Machen wir, komm, es soll an anderen Stellen auch überall gehen. Das geht ja hier überall. Oh Mann, hier wurde aber ganz schön viel Mist gemacht. So, dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwo hinkommen können. Genau, Feuerlöscher oder den... Das hat schon jemand den Feuerlöscher. Sehr, sehr gut. Ich hab hier vorhin das Gras. Ich glaub, ich muss das den Pony bringen. Hallo, Mr. Pony. Wo bist du? Ich glaube, ich möchte dir... Der grüne Schlüssel. Brauchten wir den nicht gerade? Ich gucke mal. Ich lauf einfach nochmal nach da hinten. Ich glaube nämlich, dass wir den grünen Schlüssel hierfür gebraucht haben. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Wir müssen es echt besser merken. Am besten wäre, wenn wir es jetzt sogar aufschrauben. Okay, gut. Hier ist richtig. Jetzt haben wir ihn gerettet. Wo läufst du hin? Ich lauf dir einfach mal nach. Ich gucke mal, wo du hingehst. Vielleicht müssen wir ja auch da hin. Und, äh... Okay. Ähm, ja. Da war auf jeden Fall gerade Piggy. Hier vorne ist noch der orangenen Schlüssel. Und das Gras nehmen wir auf jeden Fall mit, weil ich glaub nicht... Aha, dass der orangenen Schlüssel für den Raum war. So, lass mich mal hier lang. Dankeschön. Tschüss, Piggy. Ich möchte nämlich nichts mit dir zu tun haben. Okay. Hier ist der goldene Schlüssel. Das müssen wir uns merken. Ah, Piggy. Lass mich in Ruhe. So. Und... Abgehängt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und nochmal schnell laufen. Wuhu. Oh nein. Das ist für den orangenen Schlüssel. Ich hab gedacht, hier ist der goldene Schlüssel. Okay. Wir haben Piggy doch nicht so sehr abgehangen, wie ich dachte. Und zack. Runter. Her veräppelt Piggy. Du kommst mir nämlich nicht hinterher. So, dann gehen wir hier lang, hier lang. Und wir gehen einfach mal nach ganz, ganz unten. Weil ich glaube, dass ich hier vielleicht das Gras abgeben kann. Muss. Ah, Piggy. Lass mich in Ruhe. Okay. Ganz, ganz schnell hoch. Ganz, ganz schnell hoch. Da ist eine Piggy-Falle. Da ist eine Piggy-Falle. Und sie hat jemanden geholt. So. Wir laufen mal vor allem jetzt mal wieder hier vor. Nein. Hier war auf jeden Fall die falsche Etage. Denn wir haben uns gerade eben schon mal verlaufen. So. Wir gehen einfach mal ganz, ganz hoch. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden. Was wir noch irgendwie brauchen. Okay. Die Gläser hier sind auch kaputt. Waren die von Anfang an kaputt? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. So. Mal gucken, ob wir hier jetzt noch irgendwie finden. Ah. Hier ist ein leerer Raum. Hätte ich nicht reingehen dürfen. Oh Mann. Ich glaube, Piggy hat eine Falle direkt über den Ausgang gelegt. So. Was für ein Schlüssel brauchen wir denn hier oben? Hier ist der orange Schlüssel. Okay. Sehr gut. Ich weiß nämlich, wo der ist. Okay. Da haben wir es schon mal geschafft, rüber zu springen. Super, super gut. Ich würde aber auch gerne wissen, wofür ich das Gras brauche. Ich glaube irgendwie, dass ich das für ganz unten brauche. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Wo muss ich mit dem Gras hin? Weißt du das? Okay. Zeig mir das vielleicht mal. Hier ist noch mehr Gras. Hier ist irgendwie... Okay. Nee. Hier ist nichts. Ich habe dir vertraut. Und hier ist nichts. Oh. Hier ist nur Piggy. Okay. Der orange Schlüssel war eine Etage drüber. Den hole ich mir jetzt einfach. Nein. Er liegt nicht mehr. Der war doch... Er war doch hier, oder? Aber vielleicht wurde er jetzt schon aufgemacht. Oder lag er hier? Aber auf jeden Fall liegt hier kein Schlüssel mehr. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Hier liegt ein Schwert. Aber das können wir auch niemandem geben. Ich würde super gerne mal wissen, wofür ich das ganze Gras brauche. Hallo? Kann ich dir das Gras geben? Nee, leider nicht. So. Mal gucken, ob wir hier... Hier ist der Hellblau-Schlüssel. Aber ich glaube, da wurde direkt damit aufgemacht. Okay. So. Hier haben wir auch überhaupt nichts drin. Oh, Mann. Ich glaube, ich war sogar nicht mehr da unten in diesem letzten Raum. Ich würde sagen, ich riskiere es einfach mal ab und laufe mal ganz schnell nach ganz unten. Und gucke mal, ob ich da irgendwo vielleicht doch das Gras abgeben kann. Leider nicht. Hier liegt aber der pinke Schlüssel. Ich gucke mal, ich glaube, dass der Tresor war dafür, oder? Wir gehen einfach mal wieder zum Tresor und gucken mal rein. Vielleicht ist er das, ja? Okay, das war aber nicht hier. Das war eine Etage höher. Da war das schon wieder Piggy. Da müssen wir echt, echt, echt ausweichen. So, dann laufen wir ganz schnell hier lang. Hier rechts. Oh nein, hier ist wieder der falsche Raum. Hier brauchen wir auch den goldenen Schlüssel, aber den haben wir noch gar nicht. Okay. Und abgehangen. So, jetzt rennen wir ganz schnell hier hin. Und ich glaube, hier war jetzt der Schlüssel, den wir haben. So, dann müssen wir, glaube ich, war das hier rein? Nee, dann war es, glaube ich, die nächste Tür. So, und dann hier. Okay, sehr gut. Was, was ist das denn? Sieht aus wie ein Flammenwerfer oder sowas. Okay, ähm, ich weiß nicht mal, wofür ich das brauche. Okay, das hat sich wieder nicht gut angehört. Wir gehen nochmal hier ganz hoch. Obwohl, ganz hoch brauchen wir nicht. Das bringt ja nichts. Wir gehen jetzt einfach mal wieder ganz runter. Vielleicht können wir irgendwie ganz unten die Tür damit aufmachen. Nein! Ich bin in Piggy's Falle gefangen. Oh, ich habe es raus geschafft. Ich habe es raus geschafft. Nein, Lili hat es weiter nicht geschafft. Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nur, wo müssen wir hin? Das ist die Frage der Fragen. So, dann... Ah, ich laufe lieber wieder hoch. Ich laufe lieber wieder hoch. Denn ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Ich weiß echt, echt, echt nicht, wo ich hin muss. Okay, und wofür ist das Ding hier? Ich laufe mal wieder nach ganz unten. Weil ich glaube, dass ich das... Nein, Piggy hat hier schon wieder eine Falle gesetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Wow, ich habe es wieder geschafft. Ich bin zweimal in Piggy's Fallen gelaufen und habe es zweimal raus geschafft. Das ist echt super, super gut. So, ich gucke mal hier in den Raum nochmal, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Okay, dafür brauche ich einen Schlüssel. Wo finde ich den Schlüssel? Und wofür ist das ganze Gras, was hier rumliegt? So. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall übersehen. Aber ich weiß nicht, was. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal nach dem Schlüssel gucken. Dann müssen wir... Ah, okay. Ich hätte sie in dir geben können. Ich frage mich, ob sie jetzt was gegen Piggy macht. Oder... Nein, und dieses Mal war es das. Da komme ich doch nie im Leben raus. Oh Mann. Okay, das war aber echt eine super, super, super gute Runde. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das so gut schaffen. Super schade, dass wir es leider nicht raus geschafft haben. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal viel, viel mehr für das nächste Mal. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir beenden wir heute die Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 13 Uhr in alter Frische wieder. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.